Und schon wieder ein Kanal-Infofilm, diesmal die Numero 18, der GGG möchte euch mitteilen dass er etwas an seinem Design geändert hat, die alte Tapete war ihm zu alt, und der GGG trägt jetzt einen Zylinderhut, er hat die Seiten gewechselt und ist ein Illuminati-Man geworden, aus er dem Spiel der GGG wie verrückt, er spielt nicht um perfekte Ergebnisse zu erhalten, er rette damit Welten, denn was ist wenn diese Spiele in irgendeinem verdritten Paralleluniversum real sind, es geht darum Welten zu retten, okay aber GGG mag auch etwas sagen, er hat einige Spiele die er eventuell hier zocken wird, Super Mario Land in Farbe, Wario Land 3 dann noch Donkey Kong Country und vielleicht Tesla Versus Luftkraft, aber das Spiel muss GGG suchen aus Erdem hat der Kanal eine Rekordzahl an Abonnenten, besser wird's nicht mehr, GGG wird seinem Motto treu bleiben und sich selbst broadcasten, dieser Kanal wird auch in den nächsten Monaten nicht die Qualität eines Fernsehsenders ereichen, und spiele Spiel der GGG nur weil er es kann und für spätere Generationen die eines Tages die YouTube-Server im Sand der Zeit ausgraben, Adios das war die Info.